Mennoniten. Das ist nicht Ihr Ernst, oder? Ein Mennoniten-Mob? Kein Witz. Und nun verfügen Sie über Lieferketten von Mexiko bis Kanada. Das kannst du nicht von mir verlangen. Wieso ich? Ich bin dein Pastor. Du hast einen Plan, oder? Ich wusste nicht, dass das passiert. Sie haben nicht das Recht, unsere Familie in Gefahr zu bringen. Wir werden nicht in Gefahr sein. Halte die Predigten, tröste die Geplagten und helfe dabei, unsere Gemeinde zu Gott zu führen. Und es wird gewiss Gott sein, der das Böse vertreibt. Was für ein Vater bist du eigentlich? Du riskierst das Leben deiner Familie? Er bringt ihn. Heute Abend. Muss kein Blut fließen. Es wird immer Blut fließen. Pass auf, dass es nicht Deins ist. Ich rufeierst das Leben der Geburt. Untertitelung des ZDF, 2020